Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video hier heute auf meinem Kanal. Bei mir der Felix von Felix Hobbygarten und der Lukas von Freizeitgarten. Und wir haben uns jetzt dazu entschlossen hier eine kurze Runde Wer bin ich in der Garten-Youtuber-Edition zu spielen. Felix, könntest du vielleicht mal kurz erklären? Wir haben uns jetzt einen Garten-Youtuber rausgesucht. Wir werden euch die Garten-Youtuber am Anfang nicht zeigen. Vielleicht blendest du es einem hinterher, weiß ich nicht. Aber wir werden es jetzt erstmal nicht einblenden oder zeigen oder sagen, weil ihr dann natürlich mitraten könnt, um welchen Garten-Youtuber es sich handelt. Wir haben uns jetzt einen für dich rausgesucht und du kannst jetzt mit Fragen, auf die wir mit Ja und Nein antworten können, an uns stellen. Und dann musst du den Garten-Youtuber so erraten. Okay, erstmal männlich? Ja. Dann vielleicht machen wir mal weiter mit der Abo-Zahl. Unter 1000? Nein. Unter 10.000? Nein. Unter 100.000? Nein. Bleiben nur zwei übrig. Super ausgesucht. Selbst das Auge-Kanal? Ja. Oh. Die schnellste Runde. Das ging jetzt aber auch. Die schnellste Runde. Wir haben da auch schon ein Video auf meinem Kanal gedreht. Das wirst du auf jeden Fall verlinken. Da oben rechts. Oder nein, da oben rechts. Da wirst du auf jeden Fall verlinken. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Da haben wir richtig lange gebraucht teilweise, um die Garten-Youtuber zu erraten. Und jetzt nach 20 Sekunden, ich würde sagen, wir suchen uns einfach dafür noch direkt einen zweiten aus. Ja, genau. Okay. So. Weiblich? Nein. Männlich. Also. Ähm. Unter 1000? Nein. Unter 10.000? Ja. 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 Das wird schon mal schwieriger. Ähm. Kommt ihr aus Österreich? Nein. Aus Deutschland? Ja. Ich muss es nicht mal. Ähm. Ist er heute hier? Nein. War in Erfstadt dabei? Ja. Ähm. Hat er lange Haare? Nein. Es ist nicht last vom Projekt Schreibergang. Okay, okay. Zwischen 1000 und 10.000. Ja. Ist schon ein bisschen komplizierter. Ähm. Stephans Hobbygarten hat mehr als 10.000, oder? Schon weitaus mehr. Ähm. Und die gesuchte Person hat mehr Haare als Stephans Hobbygarten, so ein kleiner Tipp nebenbei. Mehr Haare? Hat er lange Haare? Hast du ne? Das hatte ich gerade schon, ja. Ja, okay. Ähm. 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 Wir können das so mit Lukas vergleichen, oder? Mit der Frisur, oder was? Ja. Ja. Ja, das kann man wohl vergleichen. Ähm. Was gibt's denn dann für Möglichkeiten? Ist er in dem Interview-Video von Rigotti zu finden? Ich glaub nicht. Nein? Ich glaub nicht. Ich weiß es nicht. Ich sag mal so nein. Nein. Okay, das ist kompliziert. Ist das vielleicht Thomas vom Kirschbaum links? Nein. Nein? Puh. Das wird jetzt schon langsam schwierig. Viele bleiben ja nicht mehr übrig. Die heute nicht da waren. Ähm. Kommt er aus der Nähe von Köln? Ähm. Nicht ganz, ne. Habt ihr ein paar Tipps für mich? Ja, kommt eher Richtung, äh, kommt aus, äh, kommt aus, ja, ich weiß nicht, ob, ist es noch Niedersachsen? Ja, ne? Hm. Okay. Also Niedersachsen, NRW, da die Richtung. Hm. Ist jetzt schwierig, wenn er weder hier noch war, noch in dem anderen Video zu sehen war. Ist aber ein Garten YouTuber. Ist aber ein Garten YouTuber. Er war aber in Erftstadt. Ja, und, äh, er macht auch regelmäßig Garten-Videos. Und kommt aus der Szene mit dem Garten. Also der macht das auch beruflich Ah, jetzt waren zu viele Tipps Ne, das ist nicht zu viel Ist das vielleicht dieser Ophäa Fischer? Ne, der war nicht in Erfstadt Der war nicht in Erfstadt, genau Ich war nicht dabei Ach, du warst ja nicht in Erfstadt, Schampt Vielleicht bist du das ja auch Nein Ich hau überhaupt nicht hin Ähm Puh Beruflich Auch, habt ihr jetzt gesagt Ah Marcel von Von der Gartenoise, nein Ich hab gar keine Ahnung im Kopf Ach, keine Ahnung Ähm Ich komm echt nicht drauf Sollen wir auflösen? Es ist der Dennis von Garten ganz nah Ah Habt ihr es erraten? Schreibt es mal in die Kommentare Das war echt, glaube ich, ein schwieriger Ja, wir haben uns einen extra rausgesucht Weil du gerade Ja, so einfach dabei warst Und jetzt würde ich sagen, sucht ihr euch einen aus, oder? Für mich? Ja Also wir haben uns jetzt für einen neuen Garten-Youtuber entschieden Ähm Und der Felix Ja Ich muss jetzt erraten, um wen es sich handelt Okay, bin ich eine Frau? Ja Nein Oder? Nein Was ist das denn für eine Aussage? Nein Okay, nein Okay, nein Ähm Heißt im Gegenschluss aber auch nicht, dass es nur ein Mann ist, okay? Wollte ich nur sagen Okay Es ist also beides Auch nein Geh mal drüber hinaus Ähm, ich frage jetzt mal Ähm, macht diese Person alleine YouTube? Nein Nein Gartön Nein Eine Frage direkt auflösen Keine Ahnung, war jetzt nur so ein Töp ist auch Ja, stimmt, das sind beide männlich Also sind beide Personen männlich? Nein Beide Personen weiblich? Nein Also Gibt doch niemanden Nee Ähm Kommt diese Person aus Deutschland? Warte, um es vielleicht ein bisschen schwieriger zu machen Du hast Nur Einen Versuch Die Person Also den Den Namen des Kanals zu sagen Okay? Ich habe zwei noch Nein, 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 nein Du darfst weiter fragen Aber nur einen Tipp abgeben, okay? Weil sonst ist es Sonst ist es zu einfach Okay Ähm Kommt diese Person aus Deutschland? Ja Kommt diese Person aus Richtung Köln? Lukas? Ja Umkreis Köln Hat diese Person ein Bart? Nein Es sind zwei Personen Ja Haben diese Person ein Kind? Ja Sind die Leute hier? Ja 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 das ist Garten Gemüse Köln Didi 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 Dada Okay Soll ich mal spielen? Lukas Das ist jetzt nur noch der Lukas übrig hier, genau Geht mal einmal raus Ich gehe mal heute aus Gehe so lange mit Wien noch Kuscheln Um das Ganze ein bisschen spannender zu halten Sagen wir es euch wieder nicht Ähm Und ihr müsst selber erraten Und wenn es sich handelt So Lukas Du kannst zu uns kommen Wir haben uns einen Garten YouTuber ausgesucht Ja Und ich werde jetzt die Fragen beantworten hier Die Lukas uns jetzt stellt Lukas, deine erste Frage Bin ich männlich? Nein Bin ich weiblich? Ja Bestehe ich aus mehreren Leuten? Nein Komme ich aus Deutschland? Ja Ja Ich bin weiblich, ne? Ja Habe ich über 1000 Abonnenten? Ja Habe ich über 2000? Ja Habe ich über 3000? Ja Über 4000? Ja Über 10.000? Ja Habe ich größtenteils mit Kartoffeln zu tun? Ja Mich Nadja Neues vom Land Ei Stimmt sogar Ja Ja Wir können das auflösen Wir können das tatsächlich auflösen hier Weißt du, ich kann es vielleicht nachher in der Aufnahme ranzoomen Wenn das geht Ja Neues vom Land Ei 26.000 Abonnenten übrigens gerade geknackt Oh Ja Ja Also wahrscheinlich wenn das Video da ist Ja Ähm Ja, ich würde sagen Wir machen einfach spontan noch einen Oder zwei Oder willst du das Video beenden? Ja, ne Wir machen noch einen für ihn Wir machen noch mal einen für dich Geh noch einmal vor die Tür Und dann suchen wir uns noch mal einen aus Wir haben uns entschieden Lukas, du kannst gerne wieder herkommen Deine erste Frage Bin ich männlich? Äh, warte, ich war raus Sorry, ich war noch nicht bereit Ja, ist männlich die Person Äh, bestehe ich aus mehreren Personen? Nein Komme ich aus Deutschland? Ja 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 Habe ich über 1000 Abonnenten? Ja Über 10.000? Ich weiß nicht Warte mal kurz Müssen wir kurz noch mal nachprüfen Nein Nein, keiner 10.000 Abonnenten Mache ich das beruflich? Nein Trage ich in meinen Videos einen Strohhut? Nein Nein Ich weiß nicht Gibt ja mehrere Ja, Garteln, Rigotti Die tragen alle Strohhut Thomas auch Thomas am Kirschbaum links Ja, aber Wir haben ja eigentlich schon geklärt Dass derjenige unter 10.000 Abonnenten hat Komm, fallen die doch schon mal raus Boah, ist der ja heute hier? Ja Habe ich Habe ich einen eigenen Steinofen? Nein Wenn du Patrick, äh, Mika Garten meinst, nein Schade Also Der hat tatsächlich glaube ich fast 10.000 Also ich bin hier, hab fast 10.000 Abonnenten Nein, Patrick hat fast 10.000 Achso Achso Echt? Ja, Glückwunsch, Alter Ähm Bin männlich Komm, bin hier Habe ich einen Bart? Ja, schon Achso Echt? Stoppel, drei Tage Sag mal so Ah Habe ich Kinder? Ja Bin ich, äh Dennis von Zurück zum Garten? Nein Bin ich, äh Effe Kahn-Klänger an Unwa Nein Nein Und wir dachten, wir dachten eigentlich schon hier Er hat's Aber Echt nicht? Ja Echt nicht? Was? Du sagst, drei Tage Bart? Ja, ungefähr, ne? Männlich, drei Tage Bart Genau so Unter 10.000 Abonnenten? Ja Mehr als 1.000? Ja Stimmt, der Effe kann ja schon raus Wen habt ihr euch überlegt? Lass mich mal kurz überlegen Das ist hier die Frage Wärt ihr jetzt schon drauf gekommen? Das ist hier die Frage Habt ihr Vermutungen? Schreibt es in die Kommentare Ja, aber die wissen ja nicht, wer hier ist, oder? Außer ihr habt den Livestream verfolgt Doch, doch Ihr habt alle bestimmte Livestreams vom Rigotti geschaut Und Deswegen wisst ihr bestimmt, dass diese Person hier ist Geh mal ein paar durch Es gibt noch ein paar hier Ja, aber ich bin nicht Dominik Schreiber Nein Wir haben ja schon gesagt Derjenige hat Kinder Sind diese Auch hier ist die Frage Ja, jetzt weiß ich welche Ja Tobias Kabel Tobias Kabel ist richtig Tatsächlich haben wir uns Tobias Kabel rausgepickt Und Hier ist die Auflösung Ich hoffe, euch hat es gefallen Ich denke, für euch war es auch ganz lustig, oder? Ja Und wir haben es alle relativ schnell erraten Mit ein paar Tipps, Tricks Ist das auf jeden Fall schnell zu erraten hier Ja, und Und wenn das der Fall ist Wenn es euch gefallen hat Dann würde ich mich doch sehr über ein Abo Einen Kommentar oder ein Like freuen Genau Und noch das andere Video Wenn euch das so gut gefallen hat Dass ihr noch eine zweite Folge sehen möchtet Und eine dritte Dann schaut noch bei uns beiden vorbei Wir haben für mich schon eine Folge gedreht Und für ihn werden wir jetzt eine Folge drehen Und ich denke mal, die wirst du vielleicht verlinken Ja, unten in der Videobeschreibung Oder in der Infokarte Genau Infokarte oben rechts Oder halt in der Videobeschreibung schauen Dann gibt es noch weitere Folgen von uns Genau Und dann sagen wir auch Ciao 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 Hallo zusammen Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal Bei mir hier ist jetzt der Lukas vom Freizeitgarten Und der Felix von Felix Hobbygarten Und wir machen heute eine Runde Wer bin ich in der Garten-YouTuber-Edition Genau Und wir beide haben uns schon rausgesucht Wir beide sind Lukas von Freizeitgarten Und ich Felix Hobbygarten Er hat es ja schon erwähnt Und ich würde euch jetzt mal in die Kamera zeigen Welchen Garten-YouTuber wie uns aus Die kriegen Besuch Ja Oder dann macht die Szene einfach neu Ja, warte, ich mach nochmal, mach nochmal Von vorne? Nee, nur ich Okay Ja, ich und Nein, andersrum sagt man das Hey, du Esel Ich so Jo, was willst du hier? Okay, ja So, der Lukas und ich Wir haben uns jetzt einen Garten-YouTuber rausgesucht Wir haben ihn im Kopf Ihr ne Wahrscheinlich Warte, ich muss doch eigentlich Ich bin echt weg Wollen wir noch von vorne anfangen? Nein, nein, nein Deine Sache war gut So, der Lukas 3, 2, 1, Action Okay 3, 2, 1, Action Junge, ich fang nochmal von vorne an Also ihr habt euch jetzt schon jemanden rausgesucht? Du kannst es nicht ansprechen, wenn wir doch am Lachen sind Ja, das ist ja das Teil vom Video jetzt hier Also ihr habt euch schon jemanden rausgesucht? Ja Und um den Zustand das mal genauer zu erläutern Ich muss jetzt mit Ja-Nein-Fragen herausfinden Wer du bist Wer die Person ist Genau Oder wer ich bin Richtig Ja, okay Fangen wir mal mit der einfachsten Frage an Männlich oder weiblich? Ja, oder? Nein, okay Ey, ohne Spaß machen, Freunde Soll ich noch einmal lachen? Ha 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 Gut, gut, gut So, um das Format den Zuschauern ein bisschen näher zu erläutern Wo schneidest du alles raus, hab ich gesagt? Ich schneide gar nichts raus Das kommt alles ins Video Das ist mein Insta, wo schneidest du raus Ha 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 Fang an, fang an Ha 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 Ähm Hat der gesuchte Garten-Youtuber blonde Haare? Nein Äh, äh Braun? Ja Ja? Der hat ja eine glatte Der hat ja gar keine Haare Ha 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 Nein Ähm Wo? Andere Seite Andere Seite Scheiße Äh Berlin? Ja Ist das die Richtung? Ja Das Video ist scheiße Ha 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 Waaat Ha 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 Das ist ja der einzige der grad hier war Nein, ohne Spaß, komm Nein 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 Ne, rat weiter Ha 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 Ich erzähl's euch was Also, drauf Wer ist es? Komm, du hast noch Hä, jetzt Die Aufnahme läuft einfach nicht Ha 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 Ist irgendwer draufgekommen Ich weiß Echt? Ja, er hat auch sogar auf mich gezeigt Die ganze Zeit Nichts Puh Vier Die Vielen Dank.